Wir sind Adrenalin und ihr schaut gleich auf Rundtiv. 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 Wir sind im Biergarten vom Orient Express. Es ist wunderbares Wetter, herrlicher Sonnenschein. Es ist die Hölle los, wie man sehen kann. Und alles nur wegen Airols Open-Air-Konzert. Uns erwarten Elsk-Bands in drei Tagen. Und wir schauen mal, was uns der Abend noch so bringt heute. Du hast letztes Jahr die Veranstaltung schon mal gemacht. Und jetzt wieder? Warum? Ja, das war die Idee von mir, für ein 10-jähriges Jubiläum sowas zu machen. Die ganzen Airoler-Bands, also aus der Umgebung, alle zusammen bei mir auftreten zu lassen. Und das hat dann gut funktioniert. Dann habe ich versprochen, dass ich das wieder mache. Und dann habe ich nochmal versprochen, dass ich das wieder mache. Jetzt ist das dritte Mal jetzt. Das übertrifft meine Vorstellungen. Es wird jedes Jahr besser, organisierter. Und die Leute, ich meine, sind alle zufrieden. Die kommen wieder. Also man sieht ja das Publikum jetzt. Also um die Uhrzeit, so auf und her, im Biergarten. Also sowas hat es noch nicht gegeben. Könnt ihr auch singen? Ja. Wollt ihr was vorsingen? Nein. Wie kommt denn die bayerisch-türkische Stimmung hier an? Wir sind aber hier beim Airol, der ist schon brav in Tracht. Wir haben hier Döner, gute Bands. Wie kommt es an? Einwandfrei. Spitze. Kann nichts anderes sagen. Ja gut, mir hat das ganze Flair gefällt mir einfach. Das ist eine gemütliche Sache. Es gibt ein gutes Bier und Leute sind auch recht nicht. Was macht denn das Biergarten Open Air vom Airol sowas Besonderes? Ja, die Bands, logisch. Reins ist Adrenalin. Was sagst du zu Adrenalin, die haben wir heute neuen Bassisten dabei gehabt. Wie war es? Also das war gut. Musik kenne ich auch von Adrenalin. Spielt ja immer recht gut. Bassist war auch sehr gut. Muss man sagen. Hat super gepasst. Eine ganz tolle Sache. Einfach weitermachen und einmal schauen, ob wir ins Bayern reinkommen, damit da mal etwas weitergeht. Weil die Band, die gehört einfach weiter. Wie gefällt es dir bis jetzt beim Airol? Doch, ganz toll. Wie letztes Jahr. Genauso toll wieder. Musik ist gut. Es sind viele Leute da und man kann sich unterhalten. Genial. Ja, hervorragend. Ja, recht gute Stimmung. Adrenalin hat gut gespielt. Sind wir recht solid. Ja, war schon in Ordnung. Oder ist bis jetzt noch in Ordnung. Was sagt er zum Airol seinem Outfit? Ja, sehr gut. Sehr gut. Also ein richtiger Türke-Türk-Bayer, oder? Ein richtiger Türke-Bayer. Nein, 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 aber das ist ein ganz netter Typ, muss man sagen. Der passt richtig zu uns. Er ist so richtig eingebayert. Zum Airol seinem Outfit. Ja, genial wie jedes Jahr, oder? Super. Ein türkischer Bayer. Was Besseres gibt es einfach nicht. Die Leute sind begeistert, die Stimmung ist klasse, Musik ist auch prima, wir haben drei Tage herrliches Wetter, das Bier geht auch nicht so schnell aus, also Leute, kommt's vorbei, bis Sonntag ist noch einiges los hier. Die Leute sind begeistert, das Bier geht auch nicht so schnell aus. Die Leute sind begeistert, das Bier geht auch nicht so schnell aus. Die Leute sind begeistert, das Bier geht auch nicht so schnell aus. Die Leute sind begeistert, das Bier geht auch nicht so schnell aus. Die Leute sind begeistert, das Bier geht auch nicht so schnell aus. Die Leute sind begeistert, das Bier geht auch nicht so schnell aus. Untertitelung des ZDF, 2020